Willkommen bei profischnach.de. Heute habe ich was ganz Besonderes für Sie und zwar einen Sören-Tisch aus Holland namens Rivet. Ein Esstisch 2,40 Meter auf 1 Meter, Platte, Eiche, Massiv, Füße, Metall, Stahl, Schwarz lackiert. Nun, was lässt sich über dieses Stück sagen? Viel Platz, designige Optik, Massivholz in bester Qualität, hier lange Dielen verarbeitet, wunderschöne Maserung. Sören Tafels in Holland ist einer der führenden Produzenten in unserem Nachbarland, der auch noch Tische in Holland wirklich selber macht und das ist ein Messestück, was regulär 2739 Euro kostet, bei uns jetzt weniger wie die Hälfte, 1250 Euro. Stabilität hier, ganz klar, ist groß geschrieben. Hier schöne Stühle drumherum und fertig ist die Esstischtafel. Ja, der Tisch hat unten auch noch hier eine Metallstrebe drin, damit die Platte sich nicht verzieht. Sie können hier locker 8 Stühle, sogar 10 Stühle dran stellen. Sie haben einen Tisch, der krasil aussieht, der natürlich wirkt und der viel Platz bietet zu einem super Preis. Was wollen Sie mehr? Schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.